Ja, und die Pflaume. Die Pflaume ist Markus' kleines Fläumchen. Moment. Noch ein Perfekt, ja. Das ist ein Drei-Tage-Fläumchen, oder was? Oh, dieser Mixker. Seine Mutter hat schon mal getrunken. Ja, auf jeden Fall. Oh, der wird schuldig. Der wird schuldig. Was? Was? Nein! Oh, der ist auf. Oh, der ist auf. Oh, der ist auf. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 4 9 1 1 1 1 2 2 3 Bist du Daniel? Soll ich mit? Ja, so gut. Tschüss. Tschüss. Unter dem. Ein Licht. Was ist denn das von Marco? Nice Und die ist jetzt doch ein hochbekommen Soll ich mir auch die Ecke aussuchen Links kommt einer Marco? Ja Hast du mal, du hast mich fast, also fast Herzinfarkt Also Alter Vater